Ah, willkommen zum heutigen CSGO Overwatch hier auf, aber passt, ach Gott, das passt ja gerade, oder? Endlich wieder, beziehungsweise doch endlich wieder ein bisschen Mischmasch in den Maps. Wir haben vorhin, Leute, Team Attack, what the fuck? Wir haben vorhin Kennels gehabt, jetzt haben wir, könnt ihr mal aufhören mit dem Scheiß? Alter, was ist mit dem los? Mirage, was hatten wir noch? Keine Ahnung, Wingman, Dust, Short, Short Dust. Ey, was, ich verstehe gerade nicht, was die hier machen, warum killen die sich so brutal? Ja, warte mal, sie haben einen Bot, die haben keinen, warum haben die sich jetzt so brutal angeschossen? The Suspect 14-3, äh, 14-13, 22-12 hat der eine bei City. Der ging, äh, da ist ihm ja eigentlich reingesprungen ins Phasenkreuz, weiß gar nicht, ob er sich überhaupt bewegt hat, äh, er hier, The Suspect. Es sah so aus, als wenn er einfach nur reingesprungen wäre. Achso, warte, die Musik, Leute, heute mach ich sie aber wieder mit an, nicht wahr? Ich hab sie die letzten paar Male immer angehabt. Äh, la, 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 die Musik läuft die ganze Zeit schon, ihr merkt das gar nicht. Oh, läuft die Musik schön. So, und weiter geht's, Leute. Ungeschnitten ist der Spaß hier, ihr wisst, äh, wie der Hase läuft. Wenn Fehler passieren, dann bekommt er sie halt mit, so ist es im Leben, nicht wahr? Wer hat denn die Bombe? Die Bombe geht auf A-Long. Da vorne steht einer auf Jungle, ich hoffe, er wurde angesagt. Haben wir hier endlich mal wieder jemanden, der nicht cheatet, um Gottes Willen. Ist es soweit? Wir hatten jetzt grad die Smoke geholt, das war doch nicht er, oder? Von wo kamen die? What the fuck? Naja, also ich würde sagen, da ist nach wie vor kein Vision Assist oder ähnliches zu erkennen, das passt. Den oben im Window hat er auch ganz gut so genutzt, oder? Ich denke, das war, gut, ich weiß nicht genau, warum er auf B war, wahrscheinlich wollte er von hinten kommen. Was ja auch an sich ein guter Plan ist. Unten kommt jetzt noch einer. Ähm, ja, der kommt gleich genau hinter ihn. Was hat er denn mit der Bombe vor? Will er jetzt defuse oder wie als CT, äh, als T? Okay, gut, der CT rennt davon, sie haben die Runde geholt. Gerade eben dieses Anschießen habe ich wirklich nicht gerafft, ich weiß nicht, was da los war, warum sie sich so Team-Attackt haben, aber er hat nichts gemacht. Er hat nur zugesehen. Hör auf auf deinen Mate, du schießende Bange. Also, Grief-mäßig würde ich ihm ja auch, also, ist er natürlich komplett noch frei. Sein Crosshair-Placement ist, äh... Ja, gut, so mittel. Wir schauen mal. Haben die drei Scout-Spieler? Der hinter ihm hat auch einen Scout, ne? Oh, Gott. Oh, je! Da wurden sie genutzt. Schon wieder zwei Scout-Spieler. Nein, warum auch nicht? Also, scheinbar kommen sie ja auch oft genug mit dir hier, die CTs. Sie müssen halt echt Acht geben, dass sie sich nicht gegenseitig Team-Attacken hier. Wenn alle, also alle Mates gucken. Es sieht, es sieht eigentlich ganz, ganz normal aus bis jetzt, oder? Echt, das ist jetzt immer eine wunderschöne Abwechslung. Sonst haben wir immer so Fälle, die, die ziemlich... Wow, der ist ja richtig weggeflogen, der war eben besprungen. Oh. Alter, hat er ihn gerade... War Daisy... Auf dem A-Spot hat er ihn gerade durch zwei Wände durchgenatzt? Ist Daisy ultra am Hexern? Ist Daisy vielleicht am Haxen? Hat die vielleicht Schweinshaxen gegessen? Ich weiß es nicht. Daisy kommt auf B. Was ist mit Lamb? Oh, weg. Headshot. Toaster. Alles klar, Daisy ist weg. Monsieur, nicht auf Kaum stehen. Sehr schön. Da oben ist gleich... Oh, 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 krass! Daisy, wie krass... Es war schon wieder Daisy als Bot. Wie krass Daisy ihn schon durch die Dinge pre-fired hat. Ich glaube, dass Daisy am Hacken ist, ne? Also, von den Stats her geht's ja ganz gut. 26, 16 ist in Ordnung, aber... Sie haut gar schon rein. Der kleine Dick-Madam. Obwohl sie gar nicht... Oh, Monsieur! Ich hoffe, das war in Versehen. Hä? Nochmal so ein Ding. Eierring. Aber zackig. Mein Herr. Hat er die Bombe da hinten gedroppt? Wahrscheinlich regt er sich jetzt voll auf. Du glaubst du, die Bombe da hinten... Er war auf dem Spot. Er war schon frei, du Pisser. Man könnte ihm ja schon so ein bisschen Richtung Grief was drücken. Er hat jemanden geneift und hat die Bombe weit weg... weggeschmissen, was erstmal nicht schlecht ist. Aber holt sie dann nicht, sobald dann der Spot frei ist. Wow, der ging gut rein. Oh, ich... Auch wenn der jetzt gut reinging, würde ich da nach wie vor nichts behaupten. Maximal Grief. Aber sonst doch erstmal nichts. Das scheint eine ganz komische Bande zu sein. Vorhin die Team-Attacks jetzt, die Team-Attacks. Wer weiß, was da los ist. Hat er vorhin überhaupt die Bombe gedroppt? Ja, ne, er ist gesprungen, hat sie da hinten geschmissen. Deswegen dachte ich nur, hat er die jetzt da hochgeworfen? Oh, oh, oh. Okay, oben ist frei. B ist komplett frei. Bombe... Bombe ist alleine gestorben im Connector. Sehr, sehr bitter. B wäre nämlich frei gewesen. Das heißt, der... Oh mein Gott, fressen die! Daisy muss... Ich glaube, Daisy ist am hacken. Die Shots waren doch eben fast gleichzeitig. Bam, bam, bam. Drei, oder? Gottes Willen. Suspect ist clean. Aber die Gegner hacken. Was ist hier los? Also zumindest ist er nicht obvious. Oder so obvious wie jetzt Daisy. Sorry, ich bin ultra müde. Muss ab und an mal gähnen. Ihr wisst schon, Sauerstoffmangel. Einer steht links auf Long. Der andere kommt gleich Bank hoch. Also Daisy ist das schon wieder. Pass mal auf, wer jetzt hier wieder frisst. Krass, wie Daisy durch... Ich hab... Daisy gibt denen die Headshots durch die Ding. Daisy ist am hacken. Ohne Ende. Krass. Wir haben die falsche Person. Also ich werde ihm jetzt gar nichts drücken. Das bisschen Grief war jetzt auch nicht tragisch. Also diese Bombe wegschmeißen will ich ihm jetzt nicht zu hoch anrechnen. Und den Knife in den Rücken. Sowas passiert dem Besten. Ähm... Was soll man machen? Ja, also... Daisy hat gehackt, aber wie die Sau. Holla, die Waldfee. Ja. Naja. Okay, ja. Also da war nichts, würde ich sagen. Da war gar nichts. Krass. Das hatten wir auch noch nicht, oder? Dass der Suspect überhaupt, oder so gut wie gar nichts Auffälliges macht, aber jemand im Gegnerteam so hart am reinhecken ist. Unnormal. Wirklich unnormal. Naja. Das war wieder ein weiteres Overwatch. Heute haben wir leider keinen gebannt, aber vielleicht war es auch nicht schlecht, weil da sonst jemanden Falschen getroffen hätte und ich war. Aber vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Falls es dir gefallen hat, kann ich dir einen Daumen abreißen und hier hochgeben. Ähm... Ja, ciao, ciao.